Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute kam ich zu Ihnen mit dem Rezept von fleischgeballten Zwiebeln. Ein Rezept, das Sie in Minuten ohne die Schieberrolle tun können. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu folgen. Ich fange an, mein Rezept zum ersten Mal vorzubereiten. Ich verwende zwei große Zwiebeln. Wir essen unsere Säfte auf eine Weise. Sie können die Menge an Zwiebel erhöhen oder reduzieren. Komplett passend für Ihren Geschmack. Mit dem Hinzufügen unserer Produkte bereiten wir den inneren Mörtel vor. Sie können die Menge an Zwiebel erhöhen oder reduzieren. Komplett passend für Ihren Geschmack. Gehen wir in einer Serie zu unseren Erkältungen. In der Zwischenzeit, wenn Sie noch nicht abonniert auf meinen Kanal und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meine Videos bis zum Ende folgen. Vergessen wir, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Nehmen wir die Zwiebeln in einer geeigneten Decke, nachdem ich schön gegessen habe, bin. Ich alle Zwiebeln geschwollen und meine Pfanne bekommen. Nach dem Verzehr von Zwiebeln, nehmen wir sofort unsere Pfanne in den Topf, ich füge mehr flüssiges Öl als die Hälfte. Eines Teeglases, wenn Sie die Pfanne in die Oktob. Dann Zwiebeln, die ich rösten werde, bis Rosa, ich röste mein Fleisch auf einer Kante etwa 400 Gramm Nerz. Sie können sogar Fleisch so viel wie Sie möchten. Verwenden, können Sie es auch aus dem Inneren. Mörtel, den Sie wollen, die Farbe der Zwiebeln begann zu ändern. Ich füge sofort meine Minze an der Kante hinzu, die ich geröstet wurde. Wir kümmern uns darum, den Saft des Fleisches zu rösten. Ich bin auf Eifersucht entladen und ich gehe sofort in den Mischprozess. Ich Pfeffer und Salz als Gewürze verwendet. Sie können alle Gewürze verwenden, die Sie suchen. Nach Zugabe von Salz und Pfeffer, Zwiebeln und Fleisch wurde eine wirklich kühle innere Harper. Ich mische, bis es schön ist. Ich bin sicher, du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust. Nachdem wir alle schön gemischt haben, schließen wir das Gold und nehmen es in einer großen Platte zu kühlen. Fangen wir an, den inneren Tributbereich zu kühlen, bevor wir den inneren Tribut Dick-Taba-O-Taril-Pfeil zurück-Taba-Digil ist-Taba-O-Taril-Tava-Pan-Digil. Wenn Sie 1 Teelöffel Hefe hinzufügen möchten, dann können Sie nicht Hefe verwenden, aber ich empfehle definitiv Hefe. Es ist schöner, weil es Luftraum im Inneren schafft. Ich benutzte 4,5 Tassen Mehl insgesamt halbieren an erster Stelle und füge 1 Teelöffel Salz darauf hinzu. Es kann variabel sein, je nach Qualität und Marke. Das unennotwendig nach und nach hinzufügen und ich stricke weiter. Teig kneten, bis es einen gehackten Teig bekommt. Ich werde auf meinen Schreibtisch gehen und nach dem Kneten wieder kneten, ist genug im Container. Wie viel prägnant und schön Yogurusak erhalten wir so schöne Ergebnisse. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, geben Sie den Kommentarbereich an. Vielen Dank, wenn Sie mit mir teilen. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie eine Blume Fehler hinterlassen. Oder Emojis in Kommentaren von meinen lieben Freunden. Ich mache den Teig nach dem Kneten in eine Rolle und trenne ihn mithilfe eines Messers auf sechs gleiche Teile. Wenn Sie so viele Teile wie Sie wollen, können Sie weniger Teile oder mehr Teile trennen, die ich in sechs gleiche Teile spalte. Und wie glatt ich die Teile mache, die ich in einen schönen Ball spalte, wird es einfacher im Öffnungsvorgang. Ich teile die Tricks aus meiner Hand mit dir. Wenn Sie jedoch Fragen schreiben, die in Ihren Geist eingefügt werden, werde ich Ihnen so bald wie möglich zurückgegeben. Wir kümmern uns um die ganzen Tiere gleich. Ich bin bereit, alle Blicke in das Öl in einer geeigneten Platte zu platzieren. Vor dem Einsetzen der Platte, lassen Sie uns mit unserer Hand aufrichten. Nach der leichten Glättung bekomme ich mein Teelächer Öl in den Behälter und stecke ihn dann in Ihnen. Ich werde das Verbleiben der Öl in keiner Weise verwenden, nachdem ich mein Böreklierin geöffnet habe. Wenn das Öl in Ihnen bleibt, können Sie immer noch andere Teigarbeiten verwenden. Ich bekomme alle meine Bienen in der gleichen Weise. Wenn wir auf diese Weise im Öl warten, wird der Lünette sehr komfortabel geöffnet, ohne dass Oxlava und Rolle erforderlich sind. Ich würde auf jeden Fall empfehlen Sie versuchen, diese Weise, wenn Sie nicht so versucht haben. Nachdem ich sie alle platziert habe, bin ich mithilfe des Covers für circa 20 Minuten geschlossen. Ich bin auf der rechten Seite offen, wie ich sehe, dass die Blicke klar verstanden werden. Ich kam zu einer selbstjustierenden Konsistenz, ohne wert zu sein. Mithilfe meiner Fingerspitzen öffne ich das Tuch Chemie, in dem ich die, in einem Zustand, der sehr leicht ohne Schwierigkeiten geöffnet werden kann. Sie werden sehen, wann Sie es versucht haben, werden wir so wichtig öffnen. Wie Sie nicht in den Bienen reißen können. Lassen Sie uns offen, mehr Draht und dünner zu sein, wie Schön wir den Böhr machen ist so schön. Wie Sie sehen können, bin ich sicher, dass Sie es sehr leicht öffnen werden. Lassen Sie uns unseren inneren Haark besprengen, der dann kühl ist, in irgendeiner Weise die Fingerspitzen aus dem inneren Harper gleichmäßig verbreiten. Ich mache es dann zu einer Rolle nach innen gefaltet. Ein wirklich unglaublich leckeres Rezept. Würde dieses Rezept am Frühstück mögen, wenn Sie wollen 5 Teestunden. Sie können dieses Rezept mit Ruhe zu Ihren Gästen oder Ihrer Familie versuchen und ich würde auf jeden Fall empfehlen, es zu versuchen. Ich bekomme meinen Buff in die Ofenschale, das ich Ölpapier bestreue, das ich in die Herzform falte, nachdem ich eine Rolle gemacht habe. Wie Sie sehen können, faltete ich diese Weise und gefaltet beiseite, ich werde eine mehr öffnen. Es ist ziemlich einfach zu tun, aber Sie sind sehr glücklich, wenn Sie mich in Kommentare schreiben, wenn Sie ein sehr angenehmes Rezept 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 versucht haben. Ich öffnete mein Tuchami in der gleichen Weise und legte viele innere Mörtel darin. Ich mache es sofort eine Rolle, indem ich es richtig falte. Wir kümmern uns um die Wicklung, wie Sie es so eng und sehr breit platzieren. Nach dem Falten in Form von Rollen, ich kombinieren zwei Enden zusammen richtig, ich bereitete jetzt meine ganzen Bienen die gleiche Weise. Ich überziehe es sofort mit einem Tuch und lasse es für etwa eine halbe Stunde im Tablett vergoren werden. Ich gehe eine halbe Stunde von der Mitte bis zu einem sehr schönen Weg. Wie ich sehe, dass ich rechts gehe. 1 Esslöffel Milch auf Eigelb Ich machte die Zugabe der Tomaten. Geben wir das Eigelb in den Ofen von 200 Grad vorgewärmt, nachdem das Eigelb vollständig erhalten. Ich koche meinen Börek nicht mehr, wie Sie sehen können, dass der Gerlande wie Granatapfel sehr schön grob 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 war. Ich möchte Ihnen die innere Textur zeigen, so dass Sie keine Fragen haben. Über dem Kocher war ein wunderbarer Börek. Der den Drahtbrat in einem wirklich prächtigen Rezept könnte ich das Innere zeigen. Wie Sie sehen können, das Innere des Drahtbrates ist ein wunderbares Börek-Rezept. Unser Rezept ist komplett fertig. Wenn Sie mein Rezept mögen, können Sie es sehr einfach mit Ihren Freunden und Ihrer Umgebung. Heute teilen ich nähere mein Video an das Ende. Ich hoffe, dass Sie mein Rezept mögen, ist mein Rezept für alle, die jetzt Spaß mit Ihrem Wunsch zu diskutieren in meinem nächsten Video.